Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein modernes Fertighaus mit vielen architektonischen Extras, das als Musterhaus von Rentschhaus in der Fertighauswelt Schwarzwald in Kappeln-Grafenhausen zu besichtigen ist. Neben vielen Planungsdetails sind uns hier zwei Dinge aufgefallen, die im Vergleich zu vielen anderen Musterhäusern hier wirklich gut funktionieren. Mehr wird noch nicht verraten, kommt mit, dann erfahrt ihr was es ist. Wir haben hier einen klassischen Satteldachbaukörper mit Außenmaßen von 11,26 m x 9,14 m. Der Kniestock ist 2,25 m hoch, 25 Grad geneigtes Satteldach, insgesamt 172 m² Wohnfläche. Rechts und links gibt es so Anbauelemente. Hier auf der Seite ist es ein Erker-Vorsprung mit so einer Pergola, die gleichzeitig eine überdachte Terrasse schafft, der etwa 2,70 m rausspringt. Die überdachte Terrasse ist dann 1,65 m. Auf der anderen Seite gibt es so ein Eingangsüberdachungselement, das nochmal rauskommt. Und wir sehen schon, es ist eine ganz klassische Farbgestaltung in Weiß und Anthrazitgrau. Das ist der Ralf-Farbton 70,16 m. Und was man hier sieht, es sind wirklich alle Außenelemente, inklusive der Spenglerarbeiten, der Fenster, der Dachuntersichten, in diesem Ralf-Farbton 70,16 m. Die Dachüberstände sind umlaufend 60 cm, standardmäßig auch mit so einer Nut- und Federverschalung unten drunter, die eben auch grau gestrichen ist mit den Sparren und Pfettenköpfen, die da sichtbar sind. Hier vorne sieht man im Giebelbereich diesen Flugsparren. Das ist ein Sparren, der quasi außerhalb des Hauses hier nochmal vorgelagert ist. Und vielleicht auch ganz interessant, weil wir es nicht so oft sehen, wir haben da oben diese drei kleinen Punkte mit den Entlüftungsgittern. Das ist tatsächlich eine Entlüftung für diese Dachspitze, denn wir haben hier keine gedämmte Dachschräge, sondern die Zwischendecke innen drin ist gedämmt. Und dadurch hat man da oben einen Dachraum, der natürlich relativ hohe Temperaturschwankungen hat. Und diese Entlüftung stellt eben sicher, dass da überhaupt nichts passieren kann. Auf dem Dach haben wir eine Photovoltaikanlage. Die eine Dachfläche ist praktisch komplett gelegt. Das sind 9,86 Kilowatt Peak Leistung. Innen gibt es einen Speicher, der ungefähr 10 Kilowattstunden Speicherkapazität hat. Das ganze Haus hat also einen relativ hohen Autarkiegrad. 80 Prozent, sagte mir der Berater hier. Der Strom kann selbst genutzt werden. Zum Haustechnikkonzept sage ich euch dann drin. Natürlich auch was. Jetzt haben wir erstmal hier noch zwei ganz auffällige Merkmale. Das sind diese zwei Erkerfenster, die jeweils 30 Zentimeter rausspringen. Die sind jeweils zwei Meter breit und ein bisschen unterschiedlich hoch. Was sich dahinter verbirgt und welche Nutzung sich dahinter versteckt, schauen wir uns natürlich innen an. Und jetzt gucken wir mal um die Ecke zum Eingangsbereich. Bevor wir hereingehen, sage ich euch noch kurz was zum Wandaufbau. Der ist nämlich auch ein bisschen anders. Das ist natürlich eine Holzverbundskonstruktion. Wir haben hier einen 33 Zentimeter starken Wandaufbau mit einer zellulose Dämmung und insgesamt diffusionsoffen aufgebaut. Also außen so ein Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis. Und dann ist da ein weißer Putz drauf. Wir haben da oben teilweise zwischen den Fenstern, könnt ihr es sehen, noch so Platten, dekorative Platten in Holzoptik. Das ist so ein High-Pressure-Laminat, so eine HPL-Platte. Ich würde sagen, es ist Walnussoptik. Ich weiß es nicht ganz genau. Und das fasst nochmal die Fensterflächen zusammen. Wir haben auch schon gesehen, es gibt keine Dachflächenfenster. Und einen sehr, sehr großen Wert liegt der Hersteller drauf, dass diese Dämmhülle und Rum wirklich geschlossen und dicht ist. Und wir werden das gleich merken, wenn wir reinkommen am Raumklima. Vorher schauen wir uns aber noch an, wie hier so ein paar Details gelöst sind. Auf der Terrassenseite hat man es auch schon gesehen. Alle Holzbauteile sind also absolut spritzwassergeschützt. Finde ich hier auch ganz interessant. Man hat einen bodengleichen, geraden Eingang geschaffen, indem man einfach hier die Stufe nach oben macht und hier so einen umlaufenden Graben hat mit so einem Gitter. Das heißt also, der Spritzwasserschutz ist hier gewährleistet und auch der Schutz überhaupt vor Wasser und Schlagregen für diese flache Schwelle durch diese Rinne, die hier ganz schön ausgeführt ist. Und natürlich das feststehende Vordach. So was ist immer sinnvoll. Das ist jetzt hier ein Erker-Vorbau. Dahinter ist der Technikraum, der nochmal einen Meter rausspringt. Klar, solche Anbauelemente kosten Geld, aber an der Stelle ist es was, was wirklich sinnvoll ist und was bringt. Wir können auch hier sehen, gerade diese Granitfensterbank. Auch das ist bei dem Hersteller schon im Standard so drin. Und die zweifarbig folierten Fenster schauen wir auch nochmal von innen an. Wie gesagt, außen alles Anthrazit, innen weiß. Und jetzt schauen wir mal, wie es da drin aussieht. Das Haus wird über einen Windfang betreten, der 4,7 Quadratmeter groß ist. Lichtraumhöhe ist hier Standard, nämlich 2,50 Meter. Wir haben hier also keine Geschosserhöhung drin. Auf dem Boden haben wir ein großes Feinsteinzeug in Grau 80x80. Das wird vermutlich nicht Standard sein. Und dann gibt es hier auf der linken Seite schon eine Garderobennische. Die Nische, die ist jetzt wieder klassischerweise hier 45 Zentimeter tief. Dahinter ist der Technikraum. Man sieht schon, wenn ihr 45 Zentimeter tief habt, könnt ihr eine Garderobe machen, wo die Bügel so flach drin hängen. Ich würde euch immer empfehlen, im Eingangsbereich die 60 Zentimeter tiefe Nische zu machen. Dann kriegt ihr da nämlich einen Einbauschrank hin, wo ihr die Bügel auch so reinhängen könnt, wo ihr einfach wirklich was runterbringt. Wie gesagt, dahinter ist der Technikraum. Es dürfte also kein Problem sein, die Wand da auch ein bisschen zu versetzen. Weil wir hier nachher nicht mehr vorbeikommen, schauen wir gerade auch hier ins Gäste-WC im Eingangsbereich. Das sind 2,6 Quadratmeter. Das ist also nicht sehr groß. Es ist auch nur ein WC ohne Dusche. Dazu sage ich euch noch was. Es gibt nämlich hier rum jetzt nochmal eine größere Einbaunische mit dem Garderobenschrank. Wenn ihr auf die verzichten würdet, bekämmt ihr hier wahrscheinlich auch noch eine Dusche rein. Denn oben gibt es nur ein Bad. Da ist es immer empfehlenswert, im Gästebereich unten auch nochmal eine Dusche zu haben. Wir haben jetzt hier die 2,6 Quadratmeter an der Wand Glasmosaikfliesen. Die etwas größeren, das sind 5x5 Zentimeter. Die werden ja nicht einzeln verlegt, sondern die kommen auf so Matten. Nur so lässt sich es für mich auch erklären, dass da oben 10 Zentimeter bis zur Decke freigelassen sind. Vielleicht ist es auch gestalterisch gewünscht. Kann man sich überlegen. Wir haben hier eine Brüstungshöhe im WC von einem Meter. Das ist also schon mal ganz gut, wenn hier das Klo ist. Aber Fenster zum Eingangsbereich ist natürlich klassischerweise ein Fall für so ein Plisseen. Dann haben wir hier an der Decke die Abluft. Das ist schon eine Besonderheit. Es gibt hier eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Luft-Luftheizung. Das heißt, es ist keine Fußbodenheizung drin, sondern es wird über die Lüftungsanlage geheizt. Ich sage euch dazu gleich noch was. Das ist nämlich was, was in diesem Haus sehr gut funktioniert. Aber dann habt ihr natürlich im WC, weil das ein kleiner Raum ist und da eine Abluft rein muss, keine Zuluft, die heizt. Deshalb hängt hier auch nochmal so ein kleiner Elektroheizkörper. Damit wir uns jetzt hier nicht so lange aufhalten, erzähle ich euch was, wenn wir weitergehen. Denn ihr könnt jetzt hier überall sehen, dass es relativ viele Luftzulässe dann natürlich in der Decke gibt, weil man die ja zum Heizen überall braucht, was ihr nicht sehen könnt. Was ich aber fühle, ist, dass in diesem Raum wirklich absolut angenehm kühl ist. Also wir haben ja viele Musterhäuser, wo gekühlt wird über die Wärmepumpenheizung irgendwie. Und bei diesem Hersteller ist es wirklich so, dass man hier reinkommt. Wir haben draußen über 30 Grad, total heiß, schwül. Hier drin ist es angenehm. Also die Kühlfunktion funktioniert hier wirklich sehr, sehr gut. Und das hat was mit diesem Gesamtsystem zu tun, Heiztechnik und Haushülle. Wie gesagt, es gibt hier auch keine Dachflächenfenster und wir haben hier seit zwei Stunden alle Jalousien und Rollläden offen und trotzdem ist es hier total angenehm. Der nächste Punkt, der hier gut funktioniert, das zeige ich euch gleich mal, ist nämlich das Smart Home System, das hier auch mit Sprachsteuerung ist. Wir versuchen das jetzt gleich mal. In den meisten Musterhäusern funktioniert es nämlich nicht. Hey Siri, fahr die Jalousie im Wohnzimmer runter. Es funktioniert. Wir sehen hier schon, das sind jetzt Lamellen-Jalousien, wo man eben dann auch nachher so einstellen kann, dass man rausgucken kann bei untergelassenen und verschatteten Türen. Und ihr seht schon, das ist hier so eine große Hebeschiebetür. Das Element ist tatsächlich 220 x 220 hier ausgeführt mit extra flacher Schwelle. Und dann ist natürlich so, wenn ihr da ein Sofa davor stellt, die Mehrkosten, die das verursacht, könnt ihr euch eigentlich sparen, wenn ihr an der Stelle eine Festverglasung einsetzt. Weil da wird man wahrscheinlich dann nie rausgehen. Dieser Wohn- und Essbereich sind übrigens 38 Quadratmeter. Das wird hier nochmal gegliedert durch so eine Wandscheibe mit Loch. Da kann man Deko platzieren. Das ist dann hier korrespondiert mit diesem Kamin. Das ist ja was, das viele Leute haben wollen, was man jetzt heiztechnisch nicht braucht. Das ist so ein kaminintegrierter Ofen. Und in so einem Haus braucht ihr natürlich dann auch einen Unterdruckwächter. Den seht ihr hier an der Rückwand, damit eben nicht die Verbrennungsluft durch die Lüftungsanlage reingesaugt wird. Das sind Kosten, die man einfach wissen muss, die man berücksichtigen muss. Außerdem kommt natürlich der Kamin oben hoch. Da zeige ich euch auch nochmal was dazu. Also muss man wirklich abwägen, ob man das braucht. Wenn wir dann hier weiterkommen, sehen wir, dass hier der Austritt natürlich sinnvoll ist durch diese Hebeschiebetür. Dann gibt es hier in dem wunderschönen Eiche-Pakett Landhausdiele, was wir hier drin haben, gebürstet und geölt. Auch nochmal diese eingelassenen LED-Leisten. Im Boden lässt sich natürlich auch das ganze Licht über diese Smart Home-Geschichte steuern. Das ist übrigens so ein kombiniertes System, was verkabelt und mit Funktechnologie ergänzt werden kann. Also was sozusagen auch erweiterbar ist. Diese Hebeschiebetür hat jetzt hier die extra flache Schwelle im geöffneten Zustand. Hier eine lichte Durchgangsbreite von 95 Zentimetern. Das ist also wirklich sehr schön barrierefrei. Ihr seht hier auch schon wieder diese Granitaustrittsschwelle. Das ist natürlich an der Stelle sehr praktisch und sehr stabil. Und dieser Rost davor. Ich weiß nicht, wie stabil diese Einbau-LED hier vor der Tür ist im Boden. Wenn man da immer drüber läuft, muss man sich überlegen, ob man das nicht lieber an der Decke haben will an der Stelle. Hier sehen wir jetzt nochmal, diese Terrasse ist hochgesetzt. Und hier ist wirklich das Kiesbett 30 Zentimeter tiefer durch diesen Rost angeschlossen. Das ist das, was ich euch eben gesagt habe mit dem Spritzwasserschutz. Ist natürlich super, wenn ihr so eine flache Schwelle und dahinter ein Holzparkett habt. In dem Zusammenhang auch super ist natürlich diese feststehende Überdachung. Die schützt nämlich diese Schwelle vor Schlagregen, verschattet die großen Elemente. Hier ist es jetzt so, dass diese Pergola 1,65 lichte nutzbare Breite hat. Man sieht schon, da kann man jetzt den Tisch nicht komplett drunter stellen. Da hat man hier auch noch diesen Pfosten. Also kann man sich überlegen, wenn man das jetzt besser nutzen will als überdachte Terrasse, das hier auch insgesamt noch ein bisschen weiter rauszuziehen. Aber insgesamt auf jeden Fall schon mal gute Lösungen für diese Glasfassaden. Was ich jetzt gerade hier sehe, was immer wieder ein Thema ist, Hebe-Schiebetüren und helle, dünne Vorhänge. Das klemmt sich da immer ein. Kleiner Tipp am Rande. Muss man sich überlegen, ob man das hier braucht. Was man sich auch überlegen muss, ob man es braucht, weil es einfach auch ein Kostenfaktor ist, ist dieses Sitzfenster. Das ist jetzt der größere von den beiden Erkerfenstern, die nach vorne raus springen. Hier sind es jetzt 2 m x 1,65 m mit einer Festverglasung. Springt außen 30 cm raus, ist dann hier innen etwa 40 cm Sitztiefe. Sehr schön ist natürlich, dass man hier die integrierte Beleuchtung hat. Wenn man hier abends sitzt, kann man da eben auch lesen. Und wir sehen jetzt hier die Fensterbänke, die Innenfensterbänke sind hier, wo sie stattfinden, in diesem hellen Aglomarmor gemacht. Das ist so ein Kunstmarmor, der zu 80, 90 % aus echtem Natursteinmehl besteht. Der ist sehr angenehm kühl und natürlich absolut robust. Ob man da so gerne drauf sitzt, weiß ich jetzt nicht, aber man kann ja Decken und Kissen drauflegen. Und was ich auch sehr schön finde im Musterhaus, ist, dass hier mal wirklich Platz ist für einen riesengroßen Esstisch, wo man auch Gäste und große Familie unterbringt. Das sind jetzt wirklich 3 m x 1 m. Und man hat es dann hier auch ganz kurz direkt in die offene Küche, die hier über Eck anschließt. Ein bisschen markiert wird dieser Übergang durch diesen sichtbaren Unterzug bzw. den verkleideten Unterzug. Das finde ich an der Stelle wirklich ein schönes Gliederungselement. Die Küche dahinter hat etwa 12,5 m² und wo wir gerade hier beim Thema verkleidet sind, hier im Musterhaus, sieht man eigentlich fast überall, so ist dann die Wand Q3 gespachtelt, geschliffen und mit Malervlies belegt, der dann gestrichen ist. Im Standard ist normalerweise Q2 gespachtelt. Das müsst ihr einfach wissen, dass das auch nochmal ein Aufpreis ist, wenn ihr das so haben wollt. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Küche an. Hier sehr schön diese schlanke Keramik-Arbeitsplatte. Ganz, ganz viel Platz an der Stelle. Arbeitsfläche 1 m x 1,90 m. Da hinten auch gleich die Steckdosen. Ihr seht jetzt hier die Zuluft auch an der Stelle. Ich habe euch ja gesagt, die Heizung bzw. die kühle Luft kommt hier über die Lüftungsanlage, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und da ja der Strom auch vom Dach kommt, der Photovoltaik-Strom und im Sommer, wenn der Kühlbedarf da ist, auch viel Strom vom Dach da ist, ist das auch ökologisch überhaupt kein Thema. Die Küche ist jetzt hier sehr schön angelegt von der Arbeitsfläche, finde ich. Hier haben wir jetzt diesen zweiten Erker, der da rausgeht. Das ist hier so eine Art Kräuterfenster, soll es sein. Auch 40 cm tief, 2 m x 1,20 m, kann man machen, muss man aber nicht. Ist natürlich schön, weil man sich hier wirklich Kräuter ziehen kann. Man hat ja jetzt hier in der Küche keine Tür nach draußen in den Kräutergarten. Also ist das natürlich wirklich schön. Arbeitshöhe sind hier 92 cm. Dann hat man jetzt hier nochmal diese 7 cm bis zur Fensterbank. Vielleicht wäre das auch möglich planerisch, dass man das hier gleich in einer Ebene durchzieht. Das wäre sicherlich auch eine Überlegung, was vielleicht auch noch ganz schön wäre. Hier hat man jetzt das Licht auch klassischerweise an der Stelle und hier nochmal in diesem Kräuterfenster. Ihr braucht natürlich auch ein richtiges Licht hier an der Arbeitsfläche. Ich nehme mal an, die sind sehr schön, diese Filamentleuchten, dass die eher dekorative Zwecke haben. Wir schauen jetzt noch einmal hier rum. Klassischerweise hier dann die Abwicklung mit dem Herd. Da kann man auch ganz guten Abzug nach oben haben. Braucht man jetzt nicht diesen aufwändigen Abzug nach unten, weil das eben hier an der Wand ist. Ihr seht dann, das ist jetzt hier die Abluft. Die sieht ein bisschen anders aus als die Zuluftöffnung. Denn in Küche und Feuchträumen, also wo Wasserdampf entsteht, wird abgesaugt. Dann gibt es hier nochmal so ein kleines Fensterelement. Das sind, glaube ich, 73 Zentimeter. Und was ihr da oben sehen könnt, ist ein Fensterkontakt da. Diese Fensterkontakte sind auch Teil des Sicherheitskonzeptes. Auch das kann ins Smart Home System eingebunden werden, dass ihr also immer gewarnt werdet, wenn ihr geht und irgendwo noch ein Fenster offen ist. Noch ein Wort zu dem Thema Eicheparkett gebürstet und geölt in der Küche auf dem Boden. Wir sehen es oben sogar in den Bädern. Machen jetzt wirklich ganz viele. Dem Holzboden macht das nichts. Ihr dürft halt nicht empfindlich sein, was Wasserflecken angeht. Man kann das machen. Ich kenne viele Leute, die sich da mit der Zeit dann einen Kork draufgelegt haben. Aber wie gesagt, sehr schön sieht es natürlich aus. Wir sind jetzt hier in dem Flur. Das sind nochmal etwa vier Quadratmeter Breite. Ist hier 1,45 Meter. Man könnte hier also tatsächlich auch noch was stellen. Das ist dieser Schrank, wo ich euch eben gesagt habe, das ist jetzt hier nochmal ein Garderobenschrank. Und das ist eben auch diese Nische. Wenn man die jetzt noch dem Gästebad, dem Gäste-WC zuschlagen würde, bekäme man da noch vielleicht eine Dusche rein. Aber dann müsstet ihr eben die Wandnische im Windfang so tief machen, dass ihr da einen Garderobenschrank reinbekommt. Wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir nochmal vorbei an diesem Touchpanel für die ganze Smart Home Steuerung. Ihr könnt schon sehen, da ist wirklich jetzt das Maximalpaket verbaut. Da ist die ganze Heizungstechnik, das Raumklima steuerbar, alle Lichtquellen, das Sicherheitspaket, da ist eingebunden. Die Kamera an der Tür, die Rauchmelder, die Fensterkontakte. Es gibt hier auch eine Multiroom-Musikanlage. Und was ihr auch schon sehen könnt, es gibt solche praktischen Funktionen. Alle Jalousien öffnen oder schließen, zu Hause verlassen. Dann wird geguckt, ob alles zu ist, ob überall das Wasser aus ist. Die Lichter gehen aus, die Jalousien gehen runter, sodass das also wirklich sehr komfortabel und auch sehr selbsterklärend ist. Wir sind dann hier schon in einem kleinen zusätzlichen Flur. Das sind nochmal etwa 3,7 Quadratmeter, der jetzt diesen hinteren Bereich und die Erschließung beherbergt. Durch die Lage des Treppenhauses hier in der Giebelseite haben wir natürlich hier diesen großen offenen Raum gehabt. Hier ist jetzt nochmal Platz für ein kleines Gäste- oder Arbeitszimmer. Und hier ist der Haustechnikraum. Auch da gucken wir kurz rein. Das sind etwa 11 Quadratmeter. Ich habe euch ja gesagt, der ist groß genug, dass ihr die Wandnische im Eingangsbereich auch tiefer machen könntet. Das schadet an der Stelle nichts. Dann kriegt ihr da die Garderobe unter. Und hier ist trotzdem noch Platz für Wechselrichter, Batteriespeicher, Elektroschaltschrank. Das ist dieses Heiz- und Lüftungsgerät, das aufgehängt ist an der Wand. Darunter können also Waschmaschine und Trockner stehen. Dann haben wir hier nochmal einen Warmwasserspeicher, einen großen mit einer Warmwasserwärmepumpe. Und ihr seht schon, also bei 11 Quadratmetern ist da wirklich auch noch locker Luft, um da auch noch Waschmaschine und Trockner reinzustellen. Dann gibt es hier noch dieses kleine Zusatzzimmer bzw. einen Abstellraum unter der geschlossenen Treppe. Das ist bei einem Bau auf Bodenplatte auch immer sinnvoll. Ansonsten wäre hier natürlich der Kellerabgang. Und dann haben wir hier nochmal ein Büro. Das ist deshalb jetzt eine Glastür, weil es ein Musterhaus ist. Das könnte natürlich auch ein Gästezimmer sein. Das sind etwa 12,5 Quadratmeter. Ist sehr schön hell. Hier nochmal das bodentiefe Element. An der Stelle keine Hebeschiebetür, sondern so ein Dreh-Kipp-Beschlag. Da nochmal ein Fenster, sodass das wirklich ein multifunktional nutzbarer Raum ist, der natürlich noch, noch multifunktionaler wird, wenn man dann im Erdgeschoss auch noch eine Dusche hat. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Die Treppe wird belichtet hier durch zwei quadratische Fenster. Die sind etwa 73 x 73. Das ist eine sehr schöne Treppe. Das ist eigentliche Blockstufen, so eine halbgewendelte, geschlossene Treppe. Bei diesen platzsparenden Treppen, das ist die platzsparendste Form, die es gibt, müsst ihr immer wissen, wenn ihr da jetzt mal runtergetragen werden müsst, vom Sanitäter oder ein Kind runtertragen müsst, ist es immer angenehmer, eine gerade Treppe mit Zwischenpodest zu haben. Die würde ein bisschen mehr Platz brauchen. Lohnt sich aber da aus Sicherheitsgründen drüber nachzudenken. Stichwort Platz, wir haben jetzt hier oben einen Flur, der ist neun Quadratmeter groß, relativ viel Fläche, wo ich nicht weiß, ob man da so viel mit anfangen kann. Durch die Lage der Türen, alle immer am Rand und hier auch die Dachluke, kann man hier eigentlich nichts stellen. Aber klar ist, es ist natürlich hier oben viel Platz, es ist nicht eng, es ist hell und das ist sehr schön. Hier auf der Seite haben wir zwei Kinderzimmer, wo wir jetzt gleich mal reingucken. Im Musterhaus sind wieder keine Türen eingehängt, aber das würde hier natürlich passen. Wir haben auch hier oben die Standardraumhöhe von 2,55 Meter. Die beiden Kinderzimmer sind jeweils 15,5 Quadratmeter. Also wirklich schön groß und auch absolut gleich geschnitten und gleich befenstert, sodass es da keinen Streit gibt. Das Auffälligste und Besonderste ist einmal, dass wir hier natürlich an der Seite ein bodentiefes Fenster mit so einer französischen Balkonlösung in Glas haben, wo man sehr schön rausgucken kann. Ist auch eine ganz elegante Lösung, die in die Laibung integriert ist. Und dann kommt man hier rum, da gibt es dann nochmal dieses hochliegende Fensterband und hier in jedem Kinderzimmer so eine Bettnische. Das ist natürlich für Kinder was ganz Tolles. Hier gibt es dann nochmal so ein kleines quadratisches Fenster, 73x73. Diese Nische ist etwas mehr als 2 Meter und 1,40 breit, sodass man da auch ein großes Bett unterbekommt. Und da an der Wand hinten ist nochmal so eine kleine Nische mit einer LED-Leuchte. Da würde ich mir dann wünschen, das sind jetzt nur 5 Zentimeter, dass es ein bisschen tiefer ist, dass man da auch ein Buch oder irgendwas anderes als so einen kleinen Deko-Hasen hinstellen kann. Das zweite Kinderzimmer liegt hier gegenüber. Das ist ein Beraterbüro. Wir gucken trotzdem kurz rein. Wie gesagt, auch 15,5 Quadratmeter groß. Wir sehen hier übrigens, dass bei dem Rohbauch-Niestock von 2,25 Meter hier drin noch eine lichte Höhe von 2,08 Meter bleiben. Das ist also wirklich sehr gut nutzbar und möblierbar. Und hier habt ihr jetzt diese Nische mal mit Drucker und Schrank möbliert. Man könnte sich auch vorstellen, diese beiden Nischen in den Kinderzimmern wegzulassen, zusammenzufassen, dann da ein Kinderbad unterzubringen. Dann hättet ihr immer noch etwa 12,5 Quadratmeter Kinderzimmer und hättet dann praktisch hier den Zugang zum Kinderbad. Installationstechnisch wäre das Kinderbad natürlich auch an der Stelle sinnvoll unterzubringen. Also neben dem Hauptbad. Das ist jetzt eine der beiden Ankleiden, die zum Elternschlafzimmer gehören. Und da schauen wir jetzt auch rein. Der Elternbereich ist insgesamt 24 Quadratmeter groß und mit zwei Ankleiden ausgestattet. In der ersten stehen wir jetzt hier drin. Das ist die, wo man vom Flur reinkommt, wo ich euch eben gesagt hätte, wäre installationstechnisch praktischerweise auch der Raum fürs Kinderbad. Wir haben hier 6,7 Quadratmeter. Man sieht schon, es wäre als zweiteilige Ankleide nutzbar. Das Ding ist 1,80 breit, wenn das Fenster hier ein bisschen anders sitzen würde, weil so lässt sich es natürlich nur auf einer Seite möblieren. Man könnte die Wand natürlich auch noch ein Stück darüber schieben. Das wäre auch möglich, denn hier in diesem Schlafbereich hat man jetzt 12,5 Quadratmeter, wo man ja dann außer dem Bett eigentlich auch nichts stellen muss. Es ist natürlich sehr schön, dass das hier luftig ist. Auch hier haben wir nochmal so ein kleines Fenster, dieses quadratische Maß, 73 mal 73. Auf den anderen Seiten jeweils, wie üblich, dieses bodentiefe Element mit dem französischen Balkon. Und dann haben wir hier nochmal eine Wand. Da ist jetzt von der Lüftungsanlage die Zuluft drin. Das ist im Obergeschoss in den Wänden. Und auch bei dieser Wand könnte man sich vorstellen, dass die ein bisschen weiter hier setzt. Wir haben nämlich jetzt hier die zweite Ankleide, die sind 5 Quadratmeter. Und wenn ihr da jetzt gleich mal reinguckt, könnt ihr sehen, dass man auch hier jetzt keine Schränke stellen kann, weil wir da hinten natürlich ein Fenster sitzen haben und da nur 30 Zentimeter Platz ist. Wenn ihr jetzt diese Kinderbadlösung machen wolltet, dann würde ich euch empfehlen, die Wand ein bisschen zu versetzen. Dann müsstet ihr hier natürlich auf den Kamin verzichten. Da kommt nämlich jetzt der Kamin von unten hoch. Dann könnte man auch hier eine Tür zum Flur machen. Und dann wäre das ein Raum, den man wirklich sehr gut nutzen könnte, auch als Zugang für diesen Elternbereich. Und jetzt schauen wir mal rundum ins große Familienbad. Das Familienbad hat 14,5 Quadratmeter, ist also wirklich der große oder der größte Raum hier oben. Auch hier seht ihr, ist jetzt das Eiche-Pakett durchgezogen. Das ist natürlich total schön warm und wohnlich. Es wird wohl auch Haushersteller von vielen Kunden gemacht. Das ist ein totaler Trend. Klar, da muss man natürlich Wasserflecken sofort wegwischen. Wir haben hier eine sehr große Dusche. Ich finde auch diese Fliesen sehr schön. Format ist 10 x 20 Zentimeter. Hier haben wir eine Dusche, die wirklich breit ist. Das ist 96 x 1,40. Sehr schön mit der hinterleuchteten Wandnische. Und wenn ihr natürlich Parkett auf dem Boden habt, auch sinnvollerweise mit so einer Duschtasse, die etwas tiefer ist. Ich habe euch das schon mal gesagt. Wenn da mal Wasser rückstaut, so ein bisschen, läuft euch das nicht hier vorne raus. Das ist bei Parkett natürlich besonders wichtig. Hier haben wir eine freistehende Wanne, auch nochmal diese Mutbeleuchtung, Farbwechsel, LED im Boden, was natürlich irgendwie schick ist. Die Wanne ist tatsächlich jetzt nur 1,45. Die ist also relativ klein, braucht natürlich als freistehende Wanne viel Platz. Hier in der Nische wäre natürlich auch die Möglichkeit, eine große Einbauwanne mit Ablageflächen rechts und links zu haben. Dann bräuchtet ihr auch nicht diesen teuren Bodenzulauf fürs Wasser. Hier haben wir wieder die 90 Brüstungshöhe und diese Fensterformate quadratisch, die wir schon kennen, 73 x 73. Sehr schön bei so einem großen Bad ist auch das dann durch so kleine Wände ein bisschen zu gliedern. Hier haben wir eine Schamwand, das ist jetzt die klassische Höhe von 1,20. Dann hier auch die Höhe des umlaufenden Fliesenspiegels. Die kommt hier 80 cm raus. Das ist eine sinnvolle Breite, um hier genug Sichtschutz für Bidet und WC zu bieten. Dann haben wir hinter mir wieder das Bodentiefe-Element. Das ist natürlich in der Fassade jetzt sehr schön, da überall diese bodentiefen Fenster zu haben auf den Giebelseiten. Hier neben dem Waschbecken, auch mit der Glasbrüstung, muss man sich dann überlegen, ob man das haben will aus Sichtschutzgründen. Aber es ist natürlich total hell. Ihr habt hier viel Tageslicht am Spiegel. Hier hat auch mal jemand wirklich sich Gedanken gemacht über eine sinnvolle Beleuchtung, dass man sich hier schminken kann. Hier hat jemand mal auf jeder Seite schon Steckdosen integriert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Und diese Duschnische davor zu ziehen und dann hier den Einbauschrank zu haben, ist auch sehr schön. Hätte man vielleicht hier noch zwei Zentimeter weiter rausziehen können. Und wie gesagt, natürlich müsst ihr hier nicht das Parkett auf den Boden legen. Das Bad gibt es auch gefliest. Jetzt haben wir alle Räume im Musterhaus Merano gesehen. Wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, es steht hier als Musterhaus in der Fertighauswelt Schwarzwald in Kappelgrafenhausen, direkt an der A5. Und ist normalerweise geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Wenn ihr euch die Grundrisse in Ruhe anschauen wollt, hier habe ich euch wie immer unten per Link in unsere Hausdatenbank verlinkt. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Haustouren in anderen Musterhäusern von diesem Hersteller, habe ich euch die da auch nochmal eingeblendet. Und wenn ihr allgemein mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.